Hier präsentieren wir die 5 besten Bestecktests. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Hobo Buntes Besteck 24 Teilig Besteck Sät. Konstruiert aus Lebensmittelqualität hochwertiger Edelstahl, langlebig und robust, gesund sowie umweltfreundlich, ausgezeichnete Produktionsverfahren bringen Ihnen die ausgezeichnete Kundenerfahrung, einfach für eine sehr lange Zeit zu warten. Der Sägezahn am Abgrund ist scharf, die Körperkontur ist ergonomisch gestaltet, um sicherzustellen, dass Sie schnell auf jede Art von Fleisch schneiden können. Der Löffel hat eine fein schlanke Seite, um sicherzustellen, dass es sich nicht wirklich scharf und rau im Mund anfühlt. Gabel ist ebenfalls akribisch auf allen Seiten aufgehellt, Design, um Lebensmittel schnell und mühelos zu durchdringen. Nummer 4. Elegant Live Besteck 24 Teilige Besteck Sät. Wir sind erfahrener Lieferant für Besteckkollektionen, mit anspruchsvollen Herstellern, Facharbeitern, ausgereiftem Management System, strenger Qualitätskontrolle, feinstem After Sales Service. Unser Ziel ist es, dass alle Kunden aus verschiedenen Nationen unsere Besteckkollektion nutzen und auch mit unseren hochwertigen Besteckseels zufrieden sind. Es ist das effektivste Geburtstagsgeschenk für Familie und Freunde. Gleichzeitig lässt die Verpackung der Geschenkbox die Gegenwart noch respektabler aussehen und stärkt sich gegenseitig. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Amazon Basics – Essbesteck Sät. Amazon Basics bietet tägliche Produkte für zu Hause, Büro, Hof und mehr. Dank einer häufig wachsenden Auswahl verbessert Amazon Basics schnell ihren Alltag mit digitalen Artikeln und Lebensweisen. Eine schöne Sammlung für alle, die von vorn anfangen oder einfach nur ein Mek-O-Huva suchen. Das 20-teilige Besteck von Amazon Basics für 4 Personen bietet einen schönen Blick auf jeden gedeckten Tisch. Das 20-teilige Flatware-Sät besteht aus 4 Salatgabeln, 4 Essgabeln, 4 TSPS, 4 Esslöffeln und 4 Essklingen. Nummer 2. Berglander 30 Stück Titanium-Schwarz-Plattiert-Besteck. 30 Artikel sind 6 von jedem. Abendessen-Löffel, Abendessen-Gabel, Abendessen-Messer, Teelöffel, Teegabel. Langlebiger Edelstahl 18-0 Lebensmittelsitzen, wird nicht flex. Starker Anti-Rost, etabliert für ein großes Verständnis für Erwachsene und Jugendliche. Gut ausbalanciert, um risikofrei in der Hand zu sein. Geben Sie an, ausgezeichnete Kurve. Premium Qualität Titan-Schwarz-Hochtemperatur-Vakuum bedeckt. Es erhöht der Oberflächenhärte, verhindert den Kratzer auf dem Besteck bei der Verwendung. Perfekt für den täglichen Gebrauch, ein Abendessen im Urlaub, Party, Hochzeitsfeier, Gastronomie, Hotel oder verschiedene andere formelle Feiern. Und die Nummer 1 unserer Liste. WMF Boston Edelstahl Besteck sieht 6 Personen. Minimiert, rein und unkompliziert, deshalb sind die spezifischen Sachen von Flatware aufgrund ihrer Einfachheit besonders ansprechend. Informationen wurden absichtlich vermieden, nur die abgerundeten Kanten sind unauffällig auffällig. Dank seines klassischen Designs ist das Besteck funktional und hinterlässt mit seiner schlanken Oberfläche einen glänzenden Eindruck. Das 30-teilige Besteck-Sade bietet Ihnen 6 Essensgabeln, Klingen und auch Löffel sowie Kuchengabeln sowie Kaffeelöffel für unzählige Gerichte und auch Trainingskurse. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen! Abonnieren unseren YouTube-Kanal! Bis zum nächsten Mal!